Wir turnen seit anderthalb Jahren ungefähr zusammen und das ist halt dadurch gekommen, ich war schon früher beim Leistungsturnen und dann bin ich zu Akrobatik gewechselt und da habe ich erst mit einer Dreiergruppe geturnt und dann hat die halt aufgehört und dann waren wir halt beide frei und dann haben uns die Trainer entschieden, dass wir halt zusammen turnen können, also Mixpawn, das haben wir dann auch gemacht. Ja, und wir starten jetzt Senior. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das Highlight dieses Wochenendes war eigentlich, dass wir Kamikaze Doppelseite geschafft haben, in Verbindung. Und ja, unser nächstes Ziel ist dann deutsche Meisterschaften und wenn wir es schaffen, dort uns für die EM zu qualifizieren. Also unser Highlight war auf jeden Fall, dass wir im Großteil das umgesetzt haben, was wir im Training geübt haben, wofür wir gearbeitet haben. Da kann man denke ich am meisten stolz drauf sein. Für die Zukunft teils auf jeden Fall noch schwerere Elemente lernen, um unsere Führigkeitsgrad zu steigern. Ja, und das wird das Ziel sein bis zu den deutschen Meisterschaften. Ja, ja, ich bin einsea Schatz. Ja, ich bin ein Schatz. Ja. Ich bin ein Schatz. Vielen Dank.